mit der nun vorgestellten methode können sie ganz bequem xetra aktienkurse in google spreadsheets abfragen wenn euch dieses video gefällt dann freue ich mich wenn ihr meinen kanal abonniert und mir ein like hinterlässt nun sehen wir uns das an einem beispiel an der befehl lautet ist gleich google finance und gebe nun das symbol für den für die aktie an es ist wichtig zu wissen dass ihr für xetra etr angemüßt mit einem doppelpunkt und nun das tatsächliche symbol für die aktie in meinem fall beispielsweise die sap als parameter 2 gebe ich dann den befehl preis für den aktienkurs an ich bestätige nun die eingabe und halte nun den tatsächlichen aktienkurs mit der methode google finance lassen sich auch noch viele weitere kurse und eigenschaften der aktie abfahren dazu könnt ihr ganz einfach auf den link von google finance navigieren und erhaltet nun eine komplette übersicht der einzelnen befehle wenn ihr fragen dazu habt hinterlassen einen kommentar ich werde euch antworten tschüss und bis bald